Die Unternehmensverantwortungsinitiative ist eine ganz gefährliche Initiative für den Wohlstand und für die Wirtschaft in der Schweiz. Sie legt den Schweizer Unternehmen im Ausland Regeln auf, die nur für sie gelten und für alle anderen nicht. Das schwächt unsere Wirtschaft. Sie nimmt die KMU in Geiselhaft, indem jedes KMU, auch wenn es sich nichts zur Schulden kommen lässt, in der Lieferkette ist und dann bestraft wird. Die Verwaltungsräte werden mit dem Gegenvorschlag in die Pflicht genommen. Sie sind haftbar für ihr Fehlverhalten, sie müssen sich rechtfertigen und darum stehen wir zu diesem Gegenvorschlag. Wir lehnen die Initiative deutlich ab und ich bitte Sie, am 29. November die Initiative klar abzulehnen.